Ein Mann, der eine Hauswand streicht. An sich erstmal nichts Unnormales. Doch als die Kamera sein Umfeld ein wenig genauer unter die Lupe nimmt, stockt einem der Atem. Über ihm dutzende Stockwerke. Unter ihm genau dasselbe. Der Mann steht ohne eine einzige Sicherung auf einem mehr als schmalen Vorsprung. Von einem Baugerüst oder einer Absicherung scheint man hier nicht viel zu halten. Warum auch? Wenn man schwindelfrei ist, spart man sich so eine Menge Geld und Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017